Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem Spiel, was ich euch ganz gerne vorstellen möchte. Es nennt sich Back to the Future the Game. Einige Fans der Movie Trilogie, Zurück in die Zukunft, werden es kennen oder auch schon selbst gespielt haben. Gut, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es kurz angespielt und ich finde, es ist der vierte Teil der Movie Trilogie. Mit völlig anderen Wendungen, aber ähnlichen Situationen mit völlig anderem Ausgang. Es ist ein richtig spannend, gut gemachtes, liebevolles Spiel, Point-and-Click-Spiel. Und ich werde es nicht in Deutsch spielen, sondern ich werde es in Englisch spielen, weil die deutsche Übersetzung und die Stimmen grottenschlecht sind. Sorry Leute, aber in der amerikanischen, englischen Version sind die Originaldarsteller nämlich zu hören. Wie Doc Emmett Brown, Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Lea Thompson und andere. Bevor ich weiter labere, ich werde ganz einfach ein neues Spiel beginnen. Und ich hoffe, ihr kommt mit in die Zeitmaschine. Habt Spaß! All right, ich bin bereit. Good evening, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich bin auf der Parking-Lot, in Twin Pines Mall. Es ist Saturday morning, October 26, 1985, 1.18 Uhr. Und das ist Temporal Experiment Nummer 1. Komm, Einie. Hey, boy, get in da. Atta, boy. In you go. Get down. Get your seatbelt, Lord. Das ist es. Whoa, whoa, whoa. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right. Check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch ahead. You got that thing hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. 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 What'd I tell you? 88 miles per hour. Die Temporal Displacement occurred in exactly 1.20 a.m. in 0 Sekunden! Jesus Christ! Jesus Christ, Doc! He disintegrated Einstein! Calm down, Marty! I didn't disintegrate anything! The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact! Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler! I sent him into the future! One minute into the future, to be exact! And at precisely 1.21 a.m. in 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine! Wait a minute, wait a minute, Doc! Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style! Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal! Look out! Uh, Doc? Huh? That's peculiar! Uh, where's the car, Doc? It should've caught up with us, 27 seconds ago! Doc, uh, what happened, Einstein? No need for concern, it's probably just a minor miscalibration of the time circuit! Marty, could you give my own book? It should be in the toolbox! Yeah, come on, I've seen it! I've seen it, I've seen it! I've seen it! It's time to play with the 속! Yeah, and I, yeah! It's time to play with the original movie! Yeah, and now let's play with a box of the book! And, and then let's play with the books! That's why I can also play with the book of the book of the book of the book! And, if you see, what's left in the box? Let's don't touch that! It's plutonium! But, uh, plutonium! Pl, plutonium? How do you think I've generated a 1.21 gigawatt of power? Notizbuch, Notizbuch. Got it. Flux Capacitor? That's it! What the heck is a Flux Capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this Notizbuch I've detailed the nearly three decades of scientific breakthroughs necessary. To build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Let's see. Mass equals I times Z and E equals the square root of Z times Z squared. And the first commercial rate is personally proportional to the fourth root of N to carry the Nine-Den. Und im Grunde genommen kennen wir das ja eigentlich alles. Also entscheiden wir uns für That Sounds Familiar. Das kommt mir bekannt vor. Oh, consequences could be catastrophic. Whoa. Deja vu. Uh, Doc? Great Scott! Doc, what is it? I've made a horrible mistake. Doc! No! I'm sorry, Marty. Doc, come back! Doc! Doc! Marty, is everything okay? Yeah, Mom, I, it was, it was just a nightmare. Uh, I was in the past and Doc was there. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. But you'd better get up. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late. Ja, also völlig andere Bedingungen, Ausgangsbedingungen. Episode 1, it's about time. Und, äh, lassen wir uns überraschen, was hier uns erwartet. Also ich bin selber überrascht und sehr, naja, fasziniert überhaupt, dass das alles so naturgetreu ist. Oder besser gesagt, originalgetreu. Vor allem die Stimmen. Also wirklich gut. Die Originalstimmen der Schauspieler. Okay. Okay. Könnte echt meinen, es wäre ein vierter Teil, also ein Kinofilm. Na gut, okay. Hier als Spiel verpackt ist es sehr geil. Als Spiel verpackt ist es auch sehr aufregend, meiner Meinung nach. Dad, are we too late to stop the... sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc's stuff. The city has no right to... Now, son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage, and, hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. At least things can't get any worse. Hey, Marty! Hi, Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? No, I guess I'm just... ...remembering. Oh. Okay, schauen wir uns ein bisschen um. Wir haben ein paar Uhren. I wonder why Doc didn't take any of these with him. Hey, let me... Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Oh, God. I miss Einstein. Yeah. I miss him, too. Jennifer liked that. She's into old stuff. Does nature contrive it? So that even with the time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example. Ich finde diese Figuren so richtig schön animiert. Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Aha. Town Square Model. Da sollte ich hin. Doc built this model at Downtown Hill Valley, way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Uh, Biff. Can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Fish tank, uh-huh. Can I see that model courthouse for just a second? I need to get something out of it. Like what? A not guilty verdict? That was a joke. Oh, ha. But really, can I? Nah, I think I'll hold onto it. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Looks like plants for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Browns worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Moment mal, ich muss mal kurz gucken. Ob ich das hier wegkriege. Grund genommen habe ich das eigentlich alles schon erledigt gehabt. Ähm, ja. Ähm, Jukebox. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Hey, let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got it, Mr. McFly. Nee, Biff immer noch so dreist und Marty immer noch so ein Slacker. Scientific Equipment. Hope that wasn't poison gas or anything. Äh, ich hab da noch irgendwas gesehen. Mal gucken hier. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Hey, Dad. Warte mal, ich wollte nicht mit ihm quatschen. Sondern, ich wollte eigentlich noch, ne? Ich werde gleich die Maschine ausprobieren, keine Angst. Und zwar Fischtank hier. Ja, entspricht auch nicht dem Doc, weil, ähm, das ja das Aquarium von dem Biff ist hier. Gucken, vielleicht können wir ihm noch irgendwie das Modell entreißen. Hey, Biff. Mal gucken, was wir sagen können. Okay, erinnert uns an dem Doc. I only want that notebook because, well, I'm, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. Oh, what a crap. Hm. Oh. Nothing. Nothing. Then it's worthless, right? If it really worthless, you wouldn't want it so bad. Ja, dann sagen wir ihm, dass das Notebook gefährlich ist. I just can't let you keep that notebook, it's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, I, in a way. I'll take my chances. Er lässt sich ja überhaupt nicht beeindrucken. Na, mal gucken. That notebook wouldn't mean anything to you. You wouldn't even understand, what's in it. You call me ignorant? Dann kaufen wir es ihm mal ab. I'll pay you for it. How much? Not enough. Hm. Okay. Uh, never mind. Ja, dann gehen wir mal zu unserer Gitarre hier. Hey, Dad. Why is my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Gucken wir mal uns hier den... ...den Verstärker an. Ja, schön. Klasse. Also, so wie das aussieht, das ist ja Docs Wohnung, ein altes Labor. Und die Bank soll sozusagen hier aus den Überresten ein Geld machen. Also, alles verkaufen. Ja, was machen wir denn jetzt? Hier haben wir ein Inventar. Und dann können wir Sachen untersuchen. Hier ist ein Foto. So, untersuchen wir es mal. Ich stehe das Bild von meinem Vater, um mich zu erinnern, dass sogar die größte hofflösen Verlösen werden, um ziemlich cool Leute zu sein. Nett, nett gemacht. Okay, dann die Gitarre. Es kann nicht so aussehen, aber es packt ein Wallop. Und dann benutzen wir es mal. Und zwar hier mit. Hier ist ein Oldie, Buddy-Guddy. One, two, three. Hey, look. Es ist Chuck Butthead. Let me show you how it's done. Now, Biff. Ich denke, das ist Marty's Gitarre. Oh, gosh. You're right, Mr. McFly. Hier geht's Marty. Let's hear a few licks. Man, you kids have ruined rock'n'roll. Also, ich werde das so machen, dass ich nicht viel kommentieren werde. Vielleicht nur die einzelnen Aufgaben hier. Und der Rest spricht eigentlich für sich. Gut, können wir denn nochmal hier irgendwas machen? Amplifier, Control, Amplifier. Gucken wir mal. Now that is a dangerous amp. Okay. Er will nicht nochmal, dass es kaputt geht. Ihr kennt ja die Szene. Ähm. Nochmal vielleicht use? Aha. Und jetzt ist es etwas, was Ihre Kinder wirklich lieben. Danke für ihn warmen, für mich, Butt-Head. Biff, ich dachte, ich habe gesagt, nicht zu nehmen, meine Sons Gitarre. Oh, genau. Natürlich, Mr. McFly. Ich habe ihn warmen, für dich, Marty. Mal sehen, was du hast. Was, nur ein Akkord? Okay, das war nur ein Akkord. Da können wir noch nichts machen. Es gibt übrigens Hinweise, die möchte ich auch nochmal hier eingehen. Also, hier steht so von wegen, dass es schwierig ist, das Buch von Biff zu kriegen. Hm. Gibt es hier noch einen Hint? Aha. Hier steht, dass Biff eventuell mit dem Kraftschlag des Lautsprechers außer Gefecht setzen können, was wir auch machen werden. Gut. Okidoki. Aber das haben wir ja eben versucht. Ähm. Dann müssen wir nochmal zu unserem Vater gehen. Hey, Dad. Who's running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. You? Why? Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly! Ähm. Hm, naja, wir hatten einen Traum gehabt. Do you think dreams can predict the future? Well, you know, I don't go in for that mystical stuff. But I do think they can reflect how you're feeling about the future. Hmm. The Doc is am lieb. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months and I happen to know... Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable deaths around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Hm-hm. Okay. Neh. You got Doc wrong. Sure, maybe he's not so good with money. That's just because his mind's always on bigger things. But he's still a straight-up guy. He'd never run away from his problems. Well, you know him better than I do, son. But the bank is within its rights to sell off his stuff. Maybe you should try to find some things, to remember him by, before Biff grabs them all. About Biff. Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son. But he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. I guess you can. Okay, son. I'll stay out of your way. If you know where to find me. Need to protect Doc's notebook. Also, ich muss das Notizbuch von Doc kriegen. That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me, Doc's still around? Off traveling somewhere? Yeah. Then how is it your obligation to protect his legacy? You can't have it both ways, Marty. If Doc's alive, he can protect his own legacy. Na ja, gut. Okay, jetzt werden wir mal über Biff mal quatschen. Ich will ja dieses Ding kriegen. Problem? Biff? He's got this thing, see? And I really need to get it back. If he stole something from you. No, it's one of Doc's notebooks. He found it first, but... Oh. Well, then I'm not sure what to tell you. I guess you'll just have to appeal to his better angels or something. Or something. Okay. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Ich glaube, jetzt haben wir das mal gelöst. Dann kommt wieder. Willst du eine Nummer von Biff und den Biff-Tonen hören? Always happy to play for my adoring Fans. Oh, yeah. Now we're gonna... Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Okay. Sing. Rock on, Biff. Rock on. Oh, shoot. Ah, Doc. Where are you? Da steht der DeLorean. Ist der Doc drin? Schauen wir mal. Doc? Nein, nein. Where'd you come from, boy? Didn't you bring Doc with you? Oh. Oh. Puh, also was haben wir alles hier? Hier ist ein Schuh, hier ist ein Aufnahmegerät, hier ist ein Time-Circuit-Switch. Mal gucken. Jetzt muss ich nur wissen, wann er weggegangen ist. Ich kann diese benutzen, um ein Date in die Time-Circuits zu entdecken. Marty? Marty, wenn du diese Rekordung hörst, dann hat die Automatische Erkrankung automatisch. Automatische Erkrankung? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the Time Machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always the possibility that I could land in trouble sometime, and that sometime is now, or then, or now, maybe later. He's in trouble. Marty, you've come to my rescue in the past, or was it the future. Anyway, I'm relying on you to do it again. Please, take the DeLorean back, or forward. To whatever it is, I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading mark last time departed. Good luck. Right, right, last time departed, last time departed, huh? Ah, jeez. Come on, come on, come on. Come on. Crap! Oh great. How am I supposed to find him now? Schon wieder das Ding kaputt. Ah, herrlich. Ähm. Okay Doc, I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Das ist bestimmt der Hinweis. Das war klar. Ah! Okay. Ach, hier haben wir noch was. Ah ja, das ist unser Notebook. This Notebook has all of Doc's plans for the Fluxcapacitor and the DeLorean. I'd better make sure it never falls into the wrong hands. And by wrong hands I mostly mean Biff. Hehe, richtig. Ist auf gar keinen Fall wie der Sports Almanac in Biff's Hände geraten. Ja, jetzt haben wir den Schuh. Steigen wir mal wieder aus. Ah, Eini. Schön. Mal gucken. Na, na? Okay. Okay. What kind of trouble is Doc in, Eini? Okay. Schuhe riechen für ja gewöhnlich. Dann werden wir das mal ausprobieren. Los. Nööö. What do you know about this shoe, Eini? Great Scott! I think he's onto something. ok also eine ist vor der Tür hier aber was haben wir denn hier Lickert Store Door mal gucken ein bisschen Schnaps kaufen wer war das denn irgend so eine mal gucken was haben wir denn hier für ein Store Arcade Videospiele ja ok dann gehen wir mal hier hin dann noch mal Einstein fragen ok wieso konnte der Doc ein Hundeübersetzer erfinden ok gate ja ja sure buzzer klingelschild strickland herrlich 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 between 8 and 8.30 in a decidedly unpunctual manner? Uh, yeah? All skateboarders are hooligans. It's a fact. Look it up. E. Strickland? You aren't related to Vice Principal Strickland, are you, ma'am? Not that it's any of your business. But I'm his sister, Edna. Oh, and you're one of those McFly-Slackers, aren't you? Yes. What's old man Strick? I mean, what else has your brother been saying about me? Nothing I couldn't have deduced for myself, Slacker. Also, das ist Stricklands Schwester. Sie sagt auch Slacker. Sie sagt, eine Null, eine Doppel-Null. Can you let me in? I've got something to show you. What is it? Let me see. Na, dann nehmen wir doch mal den Schuh. Oops. Und tschüss. Sorry, Einstein. Oh. Wir müssen draußen bleiben. Well, took you long enough. Um, there's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it down next to the other one. Hmm, much better. So neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, I... All I've got is tea and candy, but I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, nine out of ten people in this city are hooligans. It's a fact. It's a fact. Look it up. Have a seat, Sonny. Hey, you kids! Put out those cigarettes! Ha, 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 ha. Äh, ich kenne auch so alte Menschen, die die ganze Zeit aus dem Fenster gucken. Ja, Leute, ähm, bis hierhin, ähm, für den ersten Teil, Episode 1, erster Teil, It's About Time, und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis hierher hingeguckt habt. Äh, im zweiten Teil werden wir uns hier ein bisschen umgucken, und, äh, ja, es verspricht spannend zu werden, und ich hoffe, ihr bleibt dran. Stay tuned!